Das ist wirklich ... Braille, Täter! Komm, Dani, damit man sieht, wer das gemalt hat. Dani! Was? Komm! Damit man sieht, wer das gemalt hat. Du hast nicht unterschrieben. Made by Täter Dana! Ist doch schön. Mir gefällt's. Ich nehm Fingerfarben bei dir mit Evelyn und der Kleine. Ja, ja. Sie sind gut. Hilfe. Wo geht's? Wir gehen nicht in die Stadt. Was? Nein, du hast gesagt. Nein, du hast gesagt. Gata, komm! Wir gehen mit dem Auto. Dann gehen wir mit dem Auto. Dann gehen wir mit dem Auto. Dann gehen wir mit dem Auto. Gata! Stanko! Dann gehen wir mit Leiche L